20 Jahre Mist MR-MCD, herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend hier in dem großen Saal. Herzlich willkommen, ich übergebe das Wort. Einen wunderschönen guten Abend zu dieser kleinen Feierstunde. Kann man mich hören? Ich glaube, nein, kann man mich nicht hören. Sound. Sound. So, geht das Funk mittlerweile besser? Ich bin immer noch nicht verständlich. Oben brennen noch die, es wird langsam besser. Ja, jetzt höre ich auch mehr von dem Sound selbst. Okay, einen wunderschönen guten Abend zur 20 Jahre MR-MCD-Gala. So, ich habe nämlich bei der Einreichung, habe ich festgestellt, dass mir gesteckt worden, dass noch gar nichts eingereicht worden ist zu dem Thema. Ja, jetzt können wir die Grenze von der Rückkopplung, glaube ich. Muss ich weiter zurückstehen? Ne, geht schon. Und ja, wir haben einen Ende. Oh, Tabi, hi. Dich wollte ich nachher auch noch haben, aber ich war mir nicht sicher, ob du da bist. So, erst mal, es gibt hier vorne diesen wunderschönen Kuchen, der ist für nachher. Ja, zum 20 Jahren gehört natürlich auch ein schöner Kuchen. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich kann ja gar keine Uhr sehen, das ist ein bisschen unglücklich. Anyway. Ja, Meta-Rhein-Main-Chaos-Days. Das hat damit ein bisschen angefangen damals, dass wir angefangen haben, in diesem Rhein-Main-Gebiet, in diesem Meta-Rhein-Main ein bisschen durch die Gegend zu fahren und gesagt, wir wollen mal irgendwann so eine kleine Konferenz, ein etwas Gezielteres zusammenkommen haben. Und deswegen, die erste MR-MCD ist von Mainz. Ist von den Mainzern wer hier? Ja. Also, es war schon eine echt andere Zeit, muss man damals sagen. Also, ich habe ein paar Fotos davon gesehen, ich habe mir für diese Vorbereitung, für diese Veranstaltung knapp 15 Jahre Mailing-Liste gelesen, von vor 20 Jahren bis vor 5 und nicht alles davon waren gute Beiträge. Die erste MR-MCD war tatsächlich noch in erster Linie, wir haben eine Menge Desktop-Computer durch die Gegend geschleppt, es gab Röhrenbildschirme, es gab zwei Räume, wir waren alle Kinder, alles war vor Kabel. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch den kennt. Und im Wesentlichen, ja, das war ein sehr typisches Bild für diese Zeit, das war schon relativ stark anders. Danach gab es eine, klar, weitere Veranstaltung in Gießen und in Friedberg. Und wo ist Benni? So, wir werden nämlich mal anfangen, wo ist, da liegt das Mikrofon. Ah, nimm dir das mal. Sonst rückkoppelt das gleich. Drei Minuten. Hallo, ja, ja, also, ne, die Anfänge, Meta-Rei-Mein-Chaos-Days und dann durften wir das in Gießen machen, als kleiner Chaos. War eine ganz coole Sache. War für uns alle so das erste Mal, selber eine kleine Veranstaltung zu organisieren, aber ich glaube, das haben mittlerweile viele von euch selber kennengelernt. Ja, also, auch als kleiner Chaos-Treff. Einfach mal was machen. Ja. Das war damals an der FH und ihr habt mit der Binär-Nummerierung auch angefangen. Es war an der FH. Ich musste tatsächlich auf Bildern versuchen, mir meine Erinnerungen zu dem Thema, zu der Veranstaltung etwas zurückzuholen. Und das war auch der erste Punkt, wo es die Binär-Nummerierung gab. Ich weiß leider auch nicht mehr, wer auf die Idee kam, schien uns damals sinnvoll zu sein. Ich vermute, das war irgendwo zwischen RIP und A, äh, RIP, Xer, Herr, Ghost. Die üblichen Verdächtigen. Ja, die nächste Veranstaltung war die Meta-Rei-Mein-Chaos-Days. Danke, Benni. 1,1b, das war im Audimax. Ich weiß nicht, ob wer von euch den alten Audimax kennt. Also, es war, ähm, davon gibt es tatsächlich T-Shirts. Und, äh, ich habe ein T-Shirt von dieser Veranstaltung, den L. Das ist noch nie getragen worden, noch eine Original-Plastik-Verpackung. Die ich mal der Veranstaltung zum Versteigern oder so fürs Ende gebe. Ich werde da nicht wieder reinpassen. Für mich ist das, äh, ich verliere damit nichts, wenn das weggeht. Ja, äh, mit da rein mein Chaos-Days war im alten Audimax. Und der alte Audimax ist eine glanzvolle architektonische Meisterleistung aus dem architektonischen Zeitalter, also Brutalismus. Äh, so sah der entsprechend dann von, äh, innen auf, innen aus. Und einer der ersten Leute da sind, kommen jetzt gleich eine ganze Menge Leute mal ins Spiel. Und die will ich immer nicht alle gleich. Deswegen fangen wir mal erst mal mit dem Erik an. Ähm, ja, hallo. Du hast dafür auch damals mitgesorgt, dass wir die Räume gekriegt haben, ne? Nicht alleine, aber, ähm, es war so, dass wir die erste Mal, ähm, hm, wohin? Super. Ja, also es war so, dass wir zum ersten Mal ein größeres Gebäude haben wollten. Und Uni, große Uni, Hörsaale Mieten ist nicht so ganz vorgesehen für Hochschulgruppen. Komplizierter wurde es dann, es gibt da schon so Formulare, aber da musste man, glaube ich, Uhrzeiten eintragen. Und so der Fall, naja, so von Freitag, Mittag bis Sonntagabend, Montagfrüh, war auch nicht so ganz vorgesehen. Und dann hatten wir, ähm, naja, irgendwie diesen, probiert das Audimax einfach für das komplette Wochenende, quasi 24-7 zu bekommen. Und da gibt es dann in der Uni halt Sachbearbeiter, da war irgendwie, war das nicht so ganz, äh, innerhalb deren, ihres, entweder des, des Rahmens, in dem sie entscheiden durften oder wollten, weil, ähm, da hieß es halt, naja, der Chaos Computer Club kommt und, ähm, möchte die Uni haben fürs Wochenende und so. Und das war so, ähm, war komisch. Und, ähm, ich habe das damals hier zusammen mit Elmar und noch einem anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter organisiert. Und irgendwie ging das relativ schnell, dass wir einen Termin hatten beim Präsidenten. Und das kommt normalerweise als Student, ich war damals Student an der Uni, nicht vor. Und die einzigste Art und Weise, wie ich es mir im Nachhinein erklären kann, ist, dass das irgendwie so die Hierarchie hochgepolstert ist, so mit, hm, klingt schon irgendwie toll, aber, äh, Chaos Computer Club, ähm, wenn ich jetzt zusage, trage ich ja die Verantwortung, delegiere ich das eine Stufe höher. Das funktioniert halt so weit, soweit es noch eine Stufe höher gibt. Also, Informatiker kennt man das mit der Wurzel eines Baumes das Konzept relativ gut. Und die Wurzel war halt der Präsident. Also, es saßen wir irgendwann, ich als Student und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro des Präsidenten und haben, äh, ja, ihm versucht, das Konzept zu erklären. Und erstaunlicherweise gab es dann irgendwann mal das Jahr. Und wir haben das Audimax für ein Wochenende bekommen. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung dort. Also, das Gebäude existiert heute noch, ähm, wurde renoviert inzwischen, sieht anders da aus. Äh, unsere Veranstaltung war nicht der Grund der Renovierung. Ähm, ähm, aber, ähm... Ich glaube, das ist die Tatsache, dass es aber kurz vor der Renovierung stand, durchaus einen Punkt damit zu tun hatte, dass... Das kann sehr gut sein. ... wir es am Ende auch gekriegt haben. Ähm, ich habe Raumbegehungsfotos von den Räumen mir angeguckt, ähm, die wir damals gemacht haben. Ähm, das sah schon ganz schön fies ranzig aus. Und, äh, um die TU Darmstadt auch in einem guten Bild stehen zu lassen, zeigen wir die euch mal einfach nicht. Ja. Aber das sind auch Fotos von damals inzwischen Richtung, äh, wenn er Richtung Schloss läuft, im Welcome Hotel, kommt dann in dem Gebäude vorbei, sieht jetzt besser aus. Ja. Ich sah da ein paar Leute mit, äh, Flaschen rumlaufen. Ähm, ihr habt euch die Mühe gemacht, extra für diese Veranstaltung einen, äh, Sektkeltern zu lassen. Dann, äh, ähm, habt ihr denn alle einen Sekt bekommen? Na dann mal Prost! Ja. Die nächste Veranstaltung, wir haben doch keine Zeit. Die nächste Veranstaltung, war danach die MAMCD 120B, die war wieder in Wiesbaden. Ähm, das Audimax war bei uns die erste in Darmstadt. Sie ist danach in Wiesbaden wieder gewesen. Die war dann wieder etwas kleiner, als die bei uns im Audimax. Und, ähm, es gibt im Wesentlichen keine bekannte Dokumentation davon, aber die Location müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Ja. Und, äh, da gab es dann auch ein paar Diskussionen auf der Mailing-Liste, weil, da kommen wir jetzt gleich mal zu Freddy. Der hat mit mir damals in meiner Wohnung gewohnt. Und, äh, da kamen dann die nächsten MAMCDs. Und da war dann so ein bisschen, äh, ja, wie hat das jemand formuliert? Go big or go home? Das waren die ersten MAMCDs, die ein bisschen größer waren. Ähm, wir hatten eine neue Location. Es, äh, war das Piloti-Gebäude. Wer von euch kennt das? Ach, nee, ja, alle. Ähm, ja, es gab Pornophonik. Es war die erste MAMCD, äh, wo Pornophonik, ähm, aufgetreten ist. Es gab zum ersten Mal eine Videoaufzeichnung. Und es gab einen Regiotreff vom CCC. Und das sorgte dafür, dass die Hütte eigentlich ganz schön voll wurde auf einmal. Tja, wie war das, als du es mit mir ertragen musstest? Gut, da will ich jetzt mal nicht drauf eingehen. Ja, es war eine wilde Zeit. Tatsächlich ist es so, dass es eigentlich mit den MAMCD 1.1.B. schon losging, wie Elmar schon sagte. Dass wir gedacht haben, ursprünglich war es angedacht, als wir besuchen uns gegenseitig von den unterschiedlichen Chaos-Treffs. Und wir hatten uns eigentlich irgendwie in den Kopf gesicht, wie das halt so ist, wenn man junger Student ist und spinnt und alles muss groß werden. Dass wir gesagt haben, wir hätten eigentlich gerne eine vierte Veranstaltung irgendwie zusätzlich zum Easter Hack, zur GPN, zum Kongress, jetzt mal das Camp außen vor gelassen. Und deswegen fiel auch eigentlich der Zeitraum damals schon so Pi mal Daumen auf September, um eben etwas zu haben, was nicht mit den anderen Veranstaltungen kollidiert. Und der Gedankengang war schon da, von Anfang an zu sagen, wir wollen eben das Ganze ein bisschen wachsen lassen. Das hat dann von den Strukturen her, hat es gut beschrieben, diverse Herausforderungen gebracht für uns. Zum einen als Hochschulgruppe, aber auch damals dann die Gründung vom Chaos Darmstadt, vom lokalen Verein, der ja auch hervorragend bedient ist und immer noch weiter existiert. Das war auch der Zeitraum, wo wir, ich weiß es nicht mehr ganz genau, irgendwie aus den Wizards of DOS, wir haben dann irgendwann mal angefangen, kann ich mich noch daran erinnern, diese CTFs zu spielen mit Giovanni Vigna, der da 2002 oder so angefangen hatte, gefühlt. Und die gibt es ja heute noch, finde ich mega geil. Und in dem Kontext hatten wir dann Herausforderungen, auch im Hintergrund einfach verschiedene Sachen zu organisieren. Ich weiß noch, wir waren eine Hochschulgruppe. Also ich möchte da kurz dazu sagen, das war auch deswegen relevant, weil wir waren da eigentlich gar nicht so schlecht. Und zwar gut genug, dass danach der Präsident uns dann auch kannte, weil wir zu dieser jährlichen Präsidentendingens eingeladen worden sind. Und naja, danach war das für uns deutlich einfacher geworden, eine Veranstaltung hier an der Universität zu machen, muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt. Du warst ja auch in der Bild-Zeitung, ne? Ja, also wir haben es bis in die Bild-Zeitung damals geschafft. Genau. Ich glaube, drei Leute sind hier. Herausforderung für uns war mit Sicherheit auch im Hintergrund, die Sachen zu organisieren. Ich kann mich daran erinnern, als wir zum Metro gegangen sind und dort eine Karte haben wollten. Und ich habe gesagt, Chaos Darmstadt. Und die haben gesagt, das geht nicht. Mit dem Namen, das geht nicht. Und wir haben sehr lange rumdiskutiert und irgendwann sagte ich, wir sind eine Hochschulgruppe. Ach so, ja, dann schreiben wir TU Darmstadt, Fachbereich IT-Sicherheit. Niemandem von euch kann schwanen, was danach schief ging. Die Karte habe ich immer noch. Genau, und in dem Kontext sind verschiedene Sachen mit dazugekommen. Elmar hat es ja gesagt, die Videoaufzeichnung, wir wollten einfach verschiedene Sachen sukzessive mit reinnehmen. Und ich finde es mega gut, dass das bis heute einfach angehalten hat. Viele Sachen, die wir da als Gedanken hatten, den ersten Funken gesetzt. Und die nächsten Generationen haben das ja echt super dann übernommen. Ja, Dankeschön. So, bis wann haben wir dann eigentlich in der geupdateten Zeit? Wann geht denn das Pornophonikkonzert los aus? In 45 Minuten. Oder warten die auf uns? Um 23 Uhr ist Pornophonik. Okay, na dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Prost. Die nächste in meinem CD war auch hier im Gebäude. Da haben wir das, was wir im ersten Jahr alles machen wollten. Auch im zweiten Jahr in deutlich besser umgesetzt. Da hatten wir ein bisschen weniger Chaos. Das Design hatte sich etwas, ist eine Variante von dem ersten. Die Lesbarkeit ist uns erst nach dem Druck aufgefallen, dass es ja gar nicht so geil zu lesen ist, wie das auf dem Bildschirm alles aussah. Ja, und danach gab es wieder eine hier, 2008. Jetzt wurde das Ganze ein bisschen größer langsam. Und vielleicht eines der bemerkenswertesten Sachen, die es dabei gegeben hat, ist, naja, fangen wir es erstmal andersrum an, das Capture the Flag. Weil das war arsch viel Arbeit. Ich glaube, der HC habe ich nicht gesehen. Der war da auch. Gestern war er da. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das war nämlich dein Plan, den auch nochmal sonst zu fragen. Weil das war massiv unterstützte Arbeit. Da sind es viele Arbeitskräfte, die wir sonst eigentlich für den Meter rein meinen Chaos-Plays zum Organisieren eingeplant haben. Von Leuten, die tatsächlich koden konnten, die waren dann auf einmal alle mit dem CTF beschäftigt. Und was ich mich erinnere, ist, dass halt auch erst relativ spätig fertig geworden, hat aber gut funktioniert. In Ermangelung von HC, den ich da nochmal praisen möchte dafür. Ich weiß nicht, wer es gewonnen hat, aber die haben über das ganze Haus gesessen und verteilt. Und das war relativ cool. Wir hatten irgendwo hier, glaube ich, das Scoring-Board auf der Rückseite des Raums, da wo jetzt diese tolle Grafik ist. Auch gab es dazu die Freiheits- statt Angst-Demo. Das war dann so eine Zeit, wo wir relativ viel Zulauf auch aus dem Chaos gekriegt haben und da auch andere Themen hatten. Und das war auch jemand, wo du mit Goffer relativ aktiv auch warst. Ihr hattet damals das Essbare übernommen. Ich habe da Fotos gesehen. Also ich glaube, das Bündnis Freiheits- statt Angst war ja der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Und wir sind durch Darmstadt gelaufen, haben eine Spontan-Demo angemeldet und haben dann überall, wo eine Kamera hing, hingezeigt und Fotos gemacht. Genau, also 2008, 2009 war sehr politisch. Also aus dem ganzen Konstrukt kam ja dann die Piratenpartei und so weiter. Ja, das ist das Logo. Das habe ich in der Tat auch hier schon gesehen. Also das erste in meinem CD-T-Shirt davon... Oh, DJ Spock hat eins von der ersten in Darmstadt ein. Das ist der Elter. Das ist der Elter. Und der hat auch einen. Ja. Und es wurde übrigens mit Coral Draw damals entworfen, falls jemand das noch kennt. Ja, leider ist der von dieser Veranstaltung, war das Logo eigentlich ganz cool von der Idee. Zumindest, also natürlich soll das die regionale korrekte Darstellung der diversen Chaos-Treffs von den ganzen Darstellen und die eine Verbindung zwischen denen. Leider ist diese Art von Linie in diesem Herstellungsverfahren nicht besonders langlebig. Also deswegen ist es schon sehr bemerkenswert, das so zu sehen auf dem T-Shirt. Ich streichel das T-Shirt jeden Abend, ganz sanft, damit es hält. Das war deine erste, ne? Wie fandest du es damals? Ganz viele wilde Menschen, die ein ganzes Wochenende lang Gyros grillen. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, wie das gestunken hat. Ja, 60 Kilo Gyros im Eingang, direkt. Wir haben natürlich auch voll drüber nachgedacht, vorher welche Windrichtung herrscht. Also, man muss dazu sagen, der Außenbereich vom Pilote ist jetzt ja zum Glück erneuert worden und man sieht die Fettflecken von damals nicht mehr. Und es gab auch Ärger mit den Böden oder so, ne? Mit den Fußböden, wenn ich mich daran erinnere. Der Steinboden ist gar nicht so geil auf Limetten anzusprechen. Also, nicht schunkkompatibel. Gut, dass wir die Bar dieses Jahr wieder Indoor haben. So, ihr habt es eben schon gehört mit den Demos und in der nächsten Runde wurde es dann noch ein bisschen politischer. Es war dann die MMCD 2009, 0x8, von der binären Schreibweise abgegangen. Wir sind danach nochmal wieder zurückgegangen, aber ich glaube bis 2010 ist das mehr die Formate gewesen. Auch in diesem Gebäude und da gab es eine Podiumsdiskussion. Da hast du mit eingefädelt, da hast du mit eingefädelt. Das haben verschiedene andere Leute auch ihre Arbeit reingemacht. Ja, wir hatten das Glück, dass gerade Bundestagswahlkampf war und am Ende nach sechs Monaten Klinkenputzen bei der örtlichen SPD haben wir dann tatsächlich geschafft, dass wir dem Ortsverein versprochen haben, dass hier 200 Menschen mehr Politik interessiert sind als beim Schützenverein, der sie alternativ gekriegt hätte. Und deswegen ist die Frau Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, deren Wahlkreis halt in Darmstadt ist als Kontext, dann zu uns gekommen, um über die Google-SMS zu reden. Man findet es noch auf YouTube. Wurde damals, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Wenn man es jetzt im Nachgang sieht, hat sie damals so Themen wie WhatsApp, glaube ich, politikersprechmäßig verpacken wollen. Das muss man immer endlich zu Ehren reichen, nachdem das jetzt 15 Jahre lang immer sich darüber lustig gemacht wurde. Also es war gar nicht so schlimm. Sie hat es nur, glaube ich, sehr schlecht ausgedrückt und nicht die ganze Zielgruppe getroffen. Aber es war eine sehr lustige Situation, dass dann zwei gepanzerte Siebener-BMWs vorgefahren sind. Und als erstes die Dame ausgestiegen ist, also natürlich erst die Sicherungsbeamten, und dann sie ist ja ausgestiegen, ist erst mal zum Bierpilz gerannt, hat zwei Zigaretten durchgezogen, hat einen halben Liter Bier gestürzt und hat gesagt, so, jetzt können wir reingehen. Roffer, was hast du noch? Ja, normalerweise ist sie hier in Darmstadt ja im Trainingsanzug immer rumgelaufen. Und bei uns kamen sie mal an mit Staatskarossen, mit zwei Wagen, ist ausgestiegen, ist zum Bierstand gerannt, hat das Bier geäxt, hat das Bier hier wieder hingestellt, hat gemeint, so, jetzt habt ihr meinen Fingerabdruck. Weil ja Starbuck drei oder vier Wochen vorher unser Sammelband eröffnet hatte mit dem Fingerabdruck vom Schäuble. Ja, einer der größten Orga-Failster in der MCD, wir haben den Fingerabdruck, ne, leider nicht. Unsere Engel waren schon immer sehr gut, wenn es darum ging, Gläser zu spülen. Ja, das war auch eine Diskussion, ich meine, wer von euch ist auf der internen Mailingliste vom CCC? Wer war es damals da drauf? Also, ähm. Wie gesagt, so was? Da gab es schon Mails. Ganz viele zu dem Thema. Ja, weil das natürlich auf der CCC-Mailingliste, es war ja halt gerade Wahlkampf und politische Neutralität und so weiter und dann die Business Districts Ministerin einzuladen. Es hat sehr viele Mails davor gegeben, als wir das verkündet haben und sehr viele Mails danach gegeben mit Meinungen, was die Leute denn so meinten, wie es denn war. Im Nachhinein, ich habe es mir angeguckt, ist, äh, wenn man sich überlegt, was für eine Gruppe von Leuten hier das organisiert haben, haben wir das eigentlich schon gar nicht so schlecht hingekriegt, finde ich. Also, ich glaube, es gibt viele Interviews, wo Politiker sich hinstellen können und irgendwelchen Dünnsinn quatschen können, wo sie halt bedeutend weniger Gegenwind dafür kriegen und technische Nachfragen und so weiter als bei uns. Wenn man das im Konflikt, ähm, im Kontext zu anderen Veranstaltungen ansieht, glaube ich, war das schon relativ, äh, krass geil. Ja, da muss man auch nochmal Danke sagen an Holger Klein, der das damals moderiert hat und auch Paddellun, der dazu angereist ist und sich das, ähm, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wie gesagt, ist noch auf YouTube, könnt ihr euch anschauen. Und ja, bis zum heutigen Tag die einzige Veranstaltung im Chaos Computer Club Umfeld mit einem amtierenden Bundesjustizminister, beziehungsweise überhaupt amtierenden Bundesminister oder Bundesministerin. Ja. So. Wir sind binär zurück im binären Schema. Ähm, das war dann so ein bisschen so eine Übergangszeit. Weil zu dem Zeitpunkt, äh, bin ich nach Lein, nach Hamburg entschleucht und, ähm, spätestens zu dem Thema, zu der Veranstaltung, hatte ich da noch nicht mehr so den Hut aus. Das warst dann mehr du, ne? Und, äh. Sorry? Ich hab's nicht verstanden. Alles gut. Ähm, ja, das war das erste Jahr, wo, glaube ich, die, wo es dann endlich mal geschafft hat, von der Uni wegzukommen. Das hat ja bei diversen Alt-Orga lange gedauert. Es scheint, die TU Darmstadt scheint sehr anziehend zu sein, kann man nur sagen. Ähm, und sehr lange festklebend zu sein. Und das war ein sehr großer Umbruch. Äh, ich hab auch gar nicht mehr so viel Material dazu. Ich glaub, das war eine sehr wilde Zeit, wo wir auch eher so ein bisschen in der Schrumpfungsphase gerade wieder waren, nach dem Jahr vorher. Und wo es dann, äh, aber schon ein sehr großartiges Design gab, was ein bisschen den Ausblick dahin gegeben hat, wo es hingegangen ist. Weil, ich bin mir relativ sicher, ich weiß, dass es das erste Design war, was du gemacht hast, Nathalie. Und, ähm, ja, ich bin immer noch sehr stolz. Ich hatte gestern an, äh, das einzige, ich glaube, es gab zwei nachleuchtende T-Shirts von diesem Design. Nein, die also im Dunkeln leuchten. Und ich bin gestern irgendwie um 3 Uhr oder 3.30 Uhr oder so dann im Bett gewesen und hab mich gewundert, warum es so scheiß hell ist. Ähm, auch nach 14 Jahren leuchtet das Zeug noch. Ich weiß nicht, was Freddruck damals beklebt hat. Ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es heute noch zugelassen wäre, aber es war eine großartige Sache und nimmt eben was vorweg, wofür wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr sehen werden. Ähm, einer ganz eigenen Designlinie. Ja, wir werden dich dazu noch befragen. Danach kamen die MMCDX 2011. Genau, da ist, äh, der PIN. Ähm, ich glaube, das ist eins der wenigen Sachen, die es dafür gibt. Ja, also, es gab zwei Sachen von dem Event, das muss ich kurz sagen. Das eine ist dieser PIN und das andere ist, es gab Poster. Und, äh, von den Postern wissen wir nichts mehr, die sind wahrscheinlich verrottet, aber, nee, es gibt noch, wir haben noch irgendwo ein Lager voll Poster von dem dieses jährigen Jahr und wir haben auch ein paar Pins und, äh, zufällig haben wir da vorne jemanden sitzen, der mit einer Tüte wedelt und an dieser Tüte befinden sich noch weniger als 100, wir wissen nicht wie viele, Original-Pins von diesem Jahr. Wenn ihr also ein Stück MMCD-Erinnerung haben wollt, einen MMCX-PIN, ja, ähm, und ihr werdet an dem PIN erkennen, auf was das Design damals anspielen sollte, hätte die Veranstaltung stattgefunden, dann, äh, könnt ihr euch gerne einen mitnehmen, das ist ein sehr besonderes Erinnerungsstück für, hoffentlich. Danke Fabian und Nathalie, dass ihr das mitgebracht habt. Die Veranstaltung musste abgesagt werden, das waren Raumprobleme damals, ne? Ja, genau, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, das war so ein... Ja, die Mailingliste spricht davon. Niemand hat bei der Uni angefragt, ob wir die Räume haben können und Überraschung, dann haben wir sie nicht gehabt. Genau. Gut. Wir sind ein bisschen schneller in der Zeit als geplant. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ähm, MMCD 2012. Ähm, wir haben noch, wir haben noch ein bis zwei Flaschen Sekt. Wenn ihr eine Nachfüllung braucht, bitte wendet euch. Wir haben großartige Matrosen, die euch hier um euer leibliches Wohl kümmern. Ähm. Ähm. Selbstverständlich dürft ihr auch die leeren Flaschen als Erinnerungsstücke aufheben. Die vollen Flaschen bitte vorher leer trinken. Ähm. Ähm, 2012. 2012, ja. Es war an der Hochschule Darmstadt, weil im Jahr davor, das hat ja nicht so gut funktioniert. Nachdem es im Jahr davor ja gewisse, sagen wir mal, Spannungen im Raumplanungsumfeld gab, ähm, haben wir es dann rausgefunden, dass es an der Hochschule Darmstadt eine, ähm, wirklich großartige Person gibt, die zufällig auch die Dekanin des Fachbereichs Informatik war zu dem Zeitpunkt, ähm, ähm, Frau Prof. Dr. Elke Hergenröter, ähm, und die hat gesagt, wenn die TU so blöd ist, eine so große Veranstaltung nicht durchzuführen, also ich glaube, das waren nicht ihre Worte, das möchte ich auch nicht in den Mund legen, aber es war so ungefähr, glaube ich, das, was bei mir angekommen ist, was ich hören wollte, ähm, dann kommt doch einfach zu uns. Und hier ist übrigens der Schlüssel, viel Spaß. Ich glaube, das, das war ungefähr alles, was die Raumbuchung da ausgemacht hat. Und, ähm, ja, wir haben dann einfach mal gemacht, wir haben uns ein, ähm, Motto genommen, was dann erstaunlich, äh, lustige Diskussionen hervorgerufen hat, weil dieses fantastische Art, was wir hier haben, haben wir auch in sehr, sehr viel Sprühkreide investiert. Wir haben also weiße und gelbe Sprühkreide geholt und haben dann zum Beispiel den kompletten Weg vom Hauptbahnhof Darmstadt bis zur Veranstaltungslocation, ähm, mit Kreidepanzern markiert. Das kam bei der Fachschaft dann nicht so geil an, ne? Ich fand die Fachschaft diskussionswürdig, ähm, fand das, dann, hat dann mal eine Anfrage gestellt, warum so Militärkonferenzen auf dem Gelände der Hochschule stattfinden. Ähm, aber wenn man die Zeit noch von damals kennt, das war halt tatsächlich die Zeit, wo, ähm, dieses mit dem Cyberwar und, äh, Nationenkrieg im Internet und so ganz hochgefahren wurde in der Politik von der Kommunikation her. Und das wollten wir unbedingt mit dem Motto aufgreifen und, äh, das konnten wir dann einfangen, aber im Nachhinein ist uns dann auch aufgefallen, dass vielleicht eine komische Message ständet, wenn man so viele Panzer in Darmstadt auf die Straßen sprüht. Aber, hey, uns war es wichtig, dass die Gäste die Veranstaltung finden, weil wir waren an einer loyal Location. Und wir waren jung und doof. 2013. Lea. Genau, 2013 hat sich dann auch noch mal in der Orga einiges getan. Es waren viele Leute, die jetzt noch dabei sind oder gerade nicht mehr dabei sind, ähm, haben dann angefangen mit der Präsentation, äh, mit der Organisation der Veranstaltung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob nicht 2012 auch das Jahr war, in dem wir da Termit abgefeuert, fackelt haben auf dem, ähm, Gelände der HDA. Lea, 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 wir haben gesagt, wir prüfen erst, ob das verjährt ist. Oh, Entschuldigung. Ah, komm, es sind jetzt über zehn Jahre, das sollte doch irgendwie hinhauen. Auf jeden Fall, das war nicht der Grund, warum die Orga sich auch noch mal weiterentwickelt hat. Aber, ähm, wir haben damals dieses großartige Design gehabt mit den schönsten Tassen, die wir, glaube ich, bis jetzt hatten, die auch so schön wie die jetzigen, äh, sandgestrahlt und graviert waren. Die Story dazu ist auch recht lustig, weil tatsächlich haben wir weniger bezahlt, als der Hersteller dafür selber bezahlen musste in der Produktion. Äh, da hatte Muzi, der schon länger nicht mehr in der Orga ist, äh, sehr gut verhandelt. Für uns zumindest. Und das tolle Design war damals auch von Nathalie. Das war, glaube ich, deine Bachelorarbeit damals, die du auch ganz gut dann abgeschlossen hast. Und danke dafür. Allerdings hatten wir in dem Jahr auch ganz großartige Ideen. Wir haben uns nämlich gedacht, wir produzieren ganz viel Merch selber. Das war das erste Jahr, in dem wir auf diese unglaublich gute Idee kamen. Weil ihr seht, das musste alles schön gleich platziert werden. Wir hatten da gerade im RZL, im Raumzeitlabor, den Folienplotter neu. Und haben die dann alle selbst geplottet. Und dann gepresst in der T-Shirt-Presse, das war ganz schön viel Arbeit. Und dann kamen wir auf die richtig gute Idee. Nämlich, naja, was hat ein Flughafen? Ein Leitsystem. Wir haben die ganze HDA mit bunten Gaffa-Tape vollgeklebt. Und ein Leitsystem zu den verschiedenen Sälen und Orten gebaut. Und das war, um das alles wieder abzubekommen, eine richtig fiese Arbeit. Ich glaube, da haben einige aus der Orge heute noch Albträume davon. Du hast seitdem fast alle Designs gemacht. Bis wann? Genau, dazu war zwischendurch eins. 13 und 14 hat sie gemacht und 16 bis 19. Ja, das war auch ein ziemlich klasse Design. Ja, war es. Aber das war das Jahr, in dem wir uns gedacht haben, das war letztes Jahr noch nicht schlimm genug. Wir machen es jetzt noch schlimmer. Weil das war zweifarbig. Und das haben wir auch selber produziert und auch selber geplottet. Und das müsste natürlich alles passend, dieses Flatterband, übereinander platziert werden. Es war das Grauen. Und dazu haben wir dann auch noch frisch die Stickmaschine gehabt, die große. Und haben dann, ich glaube, 150 kleine Werkzeugtaschen bestickt mit diesem Motiv. Und das immer wieder in Schichtarbeit. Das war, da waren wir echt lange beschäftigt. Und ich höre immer wieder von Leuten, wenn man die Geschichte erzählt, dass sie immer noch benutzt wird. Nicht zu vergessen von der Firma Adolf Gamper, der Gliedermaßstab mit integrierter Winkelfunktion. Benutze ich heute noch. Wenn ihr es zu Hause habt und es noch nicht entdeckt habt, ihr könnt damit Winkel messen. Wir haben das Premium-Modell aus dem Schwarzwald gekauft, von Adolf Gamper damals. Nicht einfach nur irgendein Gliedermaßstab. Nein. Wie gesagt, den benutze ich heute noch gerne. Marcin, das war auch die Veranstaltung, wo du sehr stark involviert warst. Ja, ich glaube, wir haben für alle Orga, haben wir weiße Helme besorgt, so Baustellenhelme. Und für alle Engel haben wir gelbe Helme besorgt. Wir haben für alle so Warnwesten besorgt. In der Lounge haben wir das DJ-Pult gemauert. Und Lounge war so eine Baustelle. Da war irgendwie ein Berg von Zement. Da war irgendwie eine Schubkarre. Ja, wie viele? Ich glaube, wir hatten irgendwie über 100 Helme oder sowas besorgt. 150, ja. Also, es war das erste Event, wo das Zeug mit 40 Tonnen angeliefert wurde? Genau. Und auf dem Event ist noch was, nicht unbedingt mit der Veranstaltung Zusammenhängendes passiert, aber unser allerliebes Ticketsystem, Pretix, wurde damals konzipiert und gegründet. Vielen Dank. Ja, das waren eine gloriose Veranstaltungen. Die Kaffeetasse benutze ich fürs Heute. Wenn ich einen Wunsch an eine zukünftige Orga, wer auch immer das vielleicht machen sollte, vielleicht ist davon jemand im Saal, ich hätte gern wieder so einen in der Größe. Ich glaube, ich habe noch welche. Ich gucke mal. Gut. Das war aber, glaube ich, nicht die größte Tasse, die wir jemals hatten. Nur die zweitgrößte. Ich bin mir nicht sicher, die danach, jetzt aus dem Jahr, was dann gleich kommt, war auch vom Volumen her sehr groß, wirkt aber kleiner, wegen der anderen Formen. Aber McFly, das haben wir noch nie gehört, dass die Leute große Kaffeetassen wollen. Da bist du jetzt der Allerallerallerallererste wirklich, der mir das sagt. Das habe ich noch nie gehört. Ich möchte ganz kurz erwähnen, ich versuche es jedes Jahr wieder, Sangria-Eimer durchzusetzen. Und bis jetzt wurde ich immer runtergevotet. Es gab noch irgendeinen, die vom Inhaltlichen, vom Nettogelumen gleich groß war. Das schreckliche Jahr. Danke, Olli, noch mal. Das war ein fantastisches Event. Die Olympiade. Ihr seid auf die bescheuerte Idee gekommen, einen Triathlon zu laufen mit der Orga. Während der Veranstaltung. Weil man hat ja noch nicht genug zu tun. Genau, das war die einzige Chaosveranstaltung, wo die Orga am Sonntagmorgen einen Ironman gemeinsam gemacht hat. Und es war eine unglaublich schlechte Idee, das gebe ich jetzt im Nachhinein zu. Es war der Samstag von der Veranstaltung. Wir hatten dann noch ein bisschen Zeit und der Abbau war auch noch vor uns. Also wenn man morgens am Sonntag nach zwei Tagen Event sich zum Triathlon anmeldet und danach noch den Scheiß abbauen muss, entschuldige für diese Worte, dann hätte man, glaube ich, also ein Duathlon wäre okay. Triathlon war zu viel. Aber ich glaube, wir haben es alle überlebt. Ja, aber da muss man auch sagen, dafür gibt es halt davon tatsächlich die MMCD, das Trikot. Und das haben wir jetzt leider nicht hier zu zeigen, aber das existiert immer noch. Und auch das war ein sehr lustiges Event, das wir die gekriegt haben. Und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, Nathalie, das Design konntest du nicht machen. Da ist dann Abrock eingesprungen, der die letzten drei Tage hier durchgerockt hat und leider heute nicht kann, weil er noch ein anderes Event hat. Aber danke fernmündlich auch an Abrock, der damals das Design gemacht hat und seitdem auch ein sehr tragendes Element dieser Veranstaltung ist. Das fand ich auch ganz schön. Da hatten wir uns dann auch entschieden, das, glaube ich, nicht mehr selbst zu produzieren. Oder war das im Jahr vorher? Da waren wir schlau genug, endlich mal rauszufinden, dass es da draußen Firmen gibt, die so viele Textilien haben, dass sie die sogar verkaufen. Und seitdem, ich glaube, das war tatsächlich das erste Event mit 7 Siebe. Auch da muss ich mal ganz kurz sagen, seit 2016 produzieren wir mit dem Caritasverband der Region Stuttgart in einer Werkstatt, wo Menschen, die aus dem Berufsleben irgendwie rausgeflogen sind, wieder eingegliedert werden können. Und wir sind sehr glücklich, dass wir mit denen zusammenarbeiten dürfen, dass wir Menschen da auch mit unseren Textilien eine Chance geben und dass wir, glaube ich, alle Checkboxen erfüllen, die uns wichtig sind, dass es nachhaltig ist, fair und so weiter, öko. Aber tatsächlich, vor allem, dass wir es nicht selbst machen müssen. Auf jeden Fall. In dem Jahr hatten wir, glaube ich, auch, weil wir ja immer versuchen, dann als Orga versucht haben, erkennbar zu sein und ansprechbar zu sein für die Leute, hatten wir, glaube ich, alle diese wunderschönen grünen OP-Hemdchen an. Das war total super. Die übrigens sehr viel Plastikanteil haben, was an einem warmen Septemberwochenende gar nicht so gut ist. Ich habe es dafür jetzt neulich wieder gefunden. Ja, aber auch damals Gadgets mehr nie. Also es gab Fotos, habe ich jetzt wieder auf Mastodogen gesehen. Wir haben Stethoskope verteilt. Wir haben irgendwie Taschenlampen verteilt, mit denen man irgendwie so in die Rachen reingucken soll und so weiter. Wir haben da, und Pillendosen gab es und diese Pillenlampen. Also ich weiß gar nicht, was wir da alles gekauft haben. Das waren auch wieder bergeweise Merch. Das war, glaube ich, eines der Jahre, wo wir am meisten Merch hatten und auch am meisten Zeug verteilt haben an die Leute. Aber lustigerweise, es findet sich immer wieder. Also wenn man in irgendwelchen Nerd-Haushalten ist, auf einmal findet man die Pillen, Taschenlampe wieder, man findet die Taschenlampe wieder. Also das ist großartig. Vielen Dank, dass ihr das so in Ehren haltet und dass ihr es auch tatsächlich nutzt, weil das war uns immer wichtig, dass ihr die Sachen auch benutzen könnt und dass ihr irgendwie lange Freude dran habt und das nicht irgendwie so ein One-Trick-Pony ist, sondern dass ihr Spaß dran habt. Und selbst das anatomische Skelett, was wir da hatten, wir hatten mehrere anatomische Skelette auf der Tat. Den Schädel habe ich. Der hält meinen Hut. Der Schädel ist bei dir, ja. Ich weiß, ich kenne ein Forschungsinstitut hier in Darmstadt, was ein Vollkörperskelett hat und den Fuß, glaube ich. Und ich glaube, noch einen zweiten Schädel haben wir auch bei euch gelassen, oder? Ja. Also wir haben eine der großen Forschungsinstitutionen in Deutschland da signifikant von ihren Trittmitteln entlastet, indem wir ihnen sehr hochwertige Anatomie-Skelette weitergegeben haben und damit den Forschungsstandort Deutschland gerettet haben, glaube ich, mindestens. Was man vielleicht auch noch sagen muss zu den ganzen Themen, die wir da haben, wir haben die uns ja nicht nur als Design-Thema ausgedacht, sondern haben uns immer Jahr für Jahr unglaublich viel Mühe gegeben, dann auch Vortragsprogramme passend zu dem Thema auszusuchen und Leute zu finden, die uns zu dem Thema, also in dem Fall zum Gesundheitsthema in der IT, was erzählen können. Klappi, da warst du auch noch ganz aktiv, ne? Was möchtest du uns von deiner Reisezeit auf der MMCD erzählen? War eine gute Zeit. War schön. So, dann gab es die Bundesgartenschau. in 2017 und vielleicht fällt vielleicht auf, das ist ja noch Hochschule gewesen. Hier ist man wieder zurück am Pilote-Gebäude. Ja, es gab einen Dekanwechsel. Das ist immer ein guter Grund, warum man auch mal wieder die Uni wechseln muss. Und tatsächlich war das so ein Event, also das war so, da gab es einen Dekanatswechsel an der Hochschule und dann geht man zum ersten Meeting mit den neuen Menschen und sagt so, wir würden gerne wieder und so und dann kam irgendwann so eine E-Mail mit, wer ist denn Ihr Brandschutzbeauftragter und können wir mal Evakuierungspläne haben und überhaupt, was soll das eigentlich? Und ja, glücklicherweise gab es auch in der anderen Uni dann Dekanatswechsel und da haben wir da mal gefragt und da war so, ja, hier ist der Schlüssel, viel Spaß. Es tut mir sehr leid, Hochschule, aber jetzt sind wir wieder in der TU und sind sehr glücklich, dass wir hier in einem so großartigen Fachbereich zu Gast sein dürfen und wir geben uns auch wirklich Mühe, versprochen alle technischen Dienste, dass es auch am Montag wieder fantastisch hier aussehen wird und dass wieder Hochschulbetrieb stattfinden kann. Finger crossed. Ich glaube, da kann man es auch mal speziell bei den ganzen Abbauengeln und Abbaumenschen von 20 Jahren Meter rein mal ein Chaos der ist bedanken. Aufbau ist immer schon hart, weil die bauen das, da baut man was, was schön aussehen muss, es ist viel Zeit, die man da rein verschwindet, aber man ist noch frisch und man ist schon geduscht. Und zum Abbau sieht das manchmal dann schon ein bisschen anders aus. Deswegen aus vielen Veranstaltungen möchte ich auch hier mal speziell mich bei all den bedanken, die beim Abbau beholfen haben. Ich möchte was dazu sagen. Es wurde der Hinweis gegeben, dass es auch dieses Jahr übrigens Abbauschichten gibt im Matrosensystem. Ganz subtil, denkt mal drüber nach. Ja, dann kam 2018. Und das war dann ein ganz großes Kino hier, ne? Ja, und das war das Event mit der großartigen Idee schwarz auf grau melierten T-Shirts. Gab da mal so ein Trend? Ja, lustigerweise haben wir damals gedacht, wir könnten ja auch mal was für diesen Filmkreis an der TU Darmstadt organisieren. Und ich glaube, wir haben es immer noch nicht hingekriegt bis jetzt. Aber es war auch das Event, wo wir es dann wirklich endgültig mit dem Merch, den wir verteilt haben, übertrieben haben und dann den Vortragenden hier einen Regie-Klappstuhl in die Hand gedrückt haben und dann die Frage haben, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ich bin mit dem Zug angereizt, wie soll ich das jetzt transportieren? Ja. Genau, endlich ein Sitzplatz. Es gibt wenige prägende Momente im Leben eines Orga oder einer Orga, als wenn man so im Eingangsbereich steht, nachdem er das Ganze aufgebaut hat, geplant hat für Monate und dann einfach so ein Speaker reinkommt, war in dem Fall was ein Mann und diese Person wahrscheinlich zum ersten Mal auf dem MRM-CD ist und dann war ein Engel hinter der Träge und so, die Person stellt sich vor, sagt, her, ich bin Vortragender, ich habe hier einen Vortrag und dann der Engel, ah, toll, schön, dass du da bist, vielen Dank, hier ist dein Stuhl. In dem Moment dachte ich mir, ja, läuft. So, das waren die letzten, die du gemacht hast, das Design? Ja, war sehr schöne Designs. Möchtest du da was zu deinen Designs sagen? War schön. War schön. Ich glaube, das war dann das Jahr, in dem wir angefangen haben, zu versuchen, das mit den Mitgipseln etwas zu reduzieren, um vielleicht mal irgendwann zu schaffen, etwas nachhaltiger an der Stelle zu sein. Das wird niemals sich durchsetzen. In dem Jahr hatten wir Memory-Spiele mit Veranstaltungsmottos zu Jahren, die sind immer noch sehr beliebt und ich würde, glaube ich, selbst nicht so gut darin sein, zum Glück haben wir jetzt McFly, der uns da noch mal hilft, sozusagen als Cheat, Walkthrough durch dieses Memory-Spiel von der MMCD. Wir hatten Würfel, in dem Jahr habe ich gelernt, dass es bei AliExpress tatsächlich eine Platinum-Mitgliedschaft gibt. Ich habe sie leider nicht mehr, aber in dem Jahr hatte ich sie, weil das war, glaube ich, so ein Fall, wo du irgendwie, wenn du mehr als fünf bestellt hast, musstest du Versandkosten zahlen. Also macht man halt, wenn man mehr als drei bestellt, musste man Versandkosten zahlen, wie auch immer sich das rechnet. Also muss man halt dann, keine Ahnung, hundertmal drei bestellen. Braak war damals, glaube ich, schon in der Buchhaltung des Vereins tätig. Ja, ich habe auf zwei Cent verzichtet dafür. Ja, das ist ein Satz. Dann kam das Jahr 2020. Ja, lustigerweise. Das war unser Thema, bevor wir wussten, was passiert. Das Frien von diesem Jahr wirft seine Schatten vorweg. Ja, lustigerweise, was wir im Jahr 2020 gesagt haben, wir wollen mal was Nautisches machen und haben es gesagt, es heißt unsinkbar, das Motto. Also ich weiß nicht, wie besser man es hätte ausdrücken können. Wir wussten davon noch nicht. Nein, wir haben nicht Covid geplant. Wir waren es nicht, versprochen. Ja, aber das Motto hat das schon sehr gut gewacht. 2023, kramst du dann zurück? Genau, da hat dann die MMCD, glaube ich, auch mit einer ziemlich neu aufgestellten Orga angefangen. Das heißt, ich kann dazu weniger zählen. Das heißt, wenn jemand möchte. Ja, genau. Also Lea, du warst dann auch nicht mehr so in der Lage, groß mitzuarbeiten. Du warst noch in Verteilig 2023. 2023, danke auch nochmal für deine vielen, vielen langen Jahre im Service, für den Verein und den Vorstand. Großes Versprechen von mir, wir schaffen es auch bald mal zum Registergericht und das nicht austragen. Also soweit ich weiß, ist das schon passiert, weil ich habe irgendwo eine Meldung bekommen, dass sich da was an die Daten geändert hat. Ja. Ich kann dazu nicht so viel sagen, außer die Termine sind knapp beim Registergericht. Nee, tatsächlich, aber 2023, nach natürlich einer Corona-bedingten Pause, nachdem viele Menschen auch, wie ihr es ja auch kennen werdet, über Corona vielleicht neue Hobbys entdeckt haben, sei es Brotbacken oder was auch immer, war das natürlich ein Thema, dass sich auch die Orga der MMCD ein bisschen neu sortieren musste. 2022 wäre es, glaube ich, rechtlich schon möglich gewesen, so eine Veranstaltung zu machen, auch im Unikontext. Hat sich aber weder die Lust ergeben, noch haben wir gesagt, das macht jetzt schon Sinn. Damals war es noch sehr unsicher mit den ganzen Vorbereitungszeiten, die man für so eine Veranstaltung braucht. Und 2023 sind wir dann tatsächlich durchgestartet mit einem, ja, sehr interessanten Design, würde ich mal sagen, auch mit einem sehr nachdenklichen Motto, was wir in sehr, sehr vielen, sehr abstrusen Dingen, die hier im Gebäude stattgefunden haben, versucht haben umzusetzen. Ich weiß gar nicht, jetzt unterhalten die sich da oben. Benjamin, du warst damals ja schon im Design groß involviert oder Nana. Möchte jemand von... Caro war das noch damals? Entschuldigung. Ich dachte, ihr wart auch schon sehr involviert damals. Also lassen Sie es uns so zusammenfassen, also danke auch nochmal an Caro, die leider auch nicht da ist, aber wir haben tatsächlich eine Menge Sachen hier im Gebäude versteckt. Es wurde fast alles gefunden, glaube ich. Wir haben auch, wer sich das Gebäude hier kennt, es gibt hier von den ganzen Fachbereichen, also von den ganzen Arbeitsgruppen, die hier im Gebäude ihre Büros haben, die haben so schöne Pinboards vor den Wänden, wo sie irgendwelche Bilder von Alumni aufhängen, wo sie Bilder von, hier sind jetzt irgendwie Kinder geboren worden, aufgehängt haben und sie haben, glaube ich, fast alle Bilder gefunden, die wir in Reihen geschmuggelt haben in ihre Sachen. Mittlerweile, ich bin nochmal lang gelangen, ich habe jetzt nichts mehr entdeckt von dem Jahr, mittlerweile haben sie, glaube ich, alles aussortiert. Muss ich noch von was sagen? Möchte von der anderen Truppe noch was sagen? Ja, die stehen da alle so beim Sekt. Ich habe das Gefühl, dass sich keiner traut, was über diese Veranstaltung zu sagen, weil sie alle beim Sekt stehen wollen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da vertraut. Ich bin momentan derjenige, der hier so federführend die Organisation mit der Uni abwickelt. Als wir zurückkehrten, 2017, unser damaliger Geschäftsführer, Wolfgang Hänes, war ein riesiger Freund der Veranstaltung und hat einfach gesagt, hier, du bist da auch beim Chaos, du koordinierst das jetzt mal für den Fachbereich, ich stelle dich für die Veranstaltung frei, kümmere dich da drum, dass das läuft. Also da auch nochmal Riesendank an Wolfgang, wir versuchen seit Jahren, ihn mal zu kriegen, dass er irgendwie einen Amateurfunk-Vortrag hält, aber klappt nicht, dann hat er uns hier verlassen, dann war er in Wiesbaden, inzwischen ist er wieder zurück als Geschäftsführer für Häschen AI, also vielleicht schaffen wir es ja demnächst mal. Es wurde vorhin angesprochen, dass es schwierig sei, ein Gebäude an der Universität zu mieten für so eine Veranstaltung. Das ist glücklicherweise super einfach geworden. Es gibt dafür inzwischen tatsächlich ein komplettes Veranstaltungsmanagement, wo man einfach Räume buchen kann. So eine Veranstaltung wie hier, wo wir wirklich den Schlüssel fürs Gebäude bekommen, das ist tatsächlich immer noch so, liegt heute mehr daran, dass ich auch Mitarbeiter im Dekanat bin. Hat ein bisschen was damit zu tun, aber so grundsätzlich, die Verwaltung ist da sehr viel flexibler geworden, außer man versuchte... Hattest du nicht sogar die Anleitung dafür geschrieben, wie man so eine Veranstaltung hier im Gebäude veranstalten kann? Wolfgang ist unglaublich vorausschauend. Als klar war, dass er uns verlässt, hat er nochmal gesagt, hier, du setzt dich jetzt hin, du schreibst jetzt eine Anleitung, wie man hier im Gebäude eine Veranstaltung bucht. Da ist alles drin, wo man die Feuerlöscher bieten kann, dass man den Gärtnern Bescheid sagen muss, dass es eine Mail an die Mitarbeiter geben muss. Also wirklich alles. Alles, was wir gelernt haben über diese Veranstaltung, haben wir aufgeschrieben und das steht jetzt als Anleitung für andere Hochschulgruppen zur Verfügung. Und ich sagte gerade, es ist einfacher geworden, außer man versucht, eine Veranstaltung, weil man gerade ein Jubiläum hat, mal einen Monat später zu machen und rauscht mitten in die Orientierungswochen für die Erstsemester rein. So, wie wir das dieses Jahr gemacht haben und ich habe völlig neue Menschen in der Uni kennengelernt. Also wirklich, ich habe mit allen Dezernaten gesprochen, die sich nur melden könnten. Aber ich muss sagen, trotz allem, trotz viel Zittern, es ist alles am Ende doch zusammengefallen. Es passt, wir haben die Veranstaltung, es hat mit dem Lehrveranstaltungsmanagement geklappt, mit dem Gebäudemanagement, mit den Brandschutzverantwortlichen, die wir brauchten, damit wir die Bar ins Fluchttreppenhaus legen dürfen. Also, ja, es war super. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei der gesamten Verwaltung, bei allen Personen, die uns da unterstützt haben, dass diese Veranstaltung so stattfinden kann. Aber das mache ich nicht nochmal. Nächstes Jahr sind wir wieder Anfang September. Da ist es auch draußen wärmer. Ja, und jetzt sind wir in 2024. 20 Jahre sind vergangen. 20 Jahre. 19 MR-MCDs. Also, für diejenigen, die darauf geantwortet haben, im Vorfeld auf dem Tut, wie viele MR-MCDs hat es gegeben? Es waren 19. Ihr habt ja alle mitgezählt, hoffentlich, genau. Ich habe ganz viel 20 gelesen und ganz viel irgendwie 23 oder so. Es wussten welche, dass es hier, also am Anfang war das vierteljährlich geplant. Wir haben tatsächlich, als wir die MR-MCDs angefangen haben zu planen, war unsere Idee, dass wir die vierteljährlich machen. Also, das hat dich lange gehalten. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, da würden wir, glaube ich, auf ein Zahnfleisch gehen. Ja. Es war eine gute Zeit. Ich finde, es war eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit. Es ist eine großartige Zeit. Vielen Dank, dass es die MR-MCD wegen euch gibt. Ja, es gibt hier Menschen, die schon länger dabei sind, die am Anfang dabei waren, die jetzt dabei sind, die zwischendrin mal dabei waren. Vielen, vielen Dank an alle, alle Menschen, die in diesen 20 Jahren ein Teil der MR-MCD-Geschichte waren. Ich würde mich super freuen, wenn wir gemeinsam auch noch ein bisschen weiter Spaß haben. Ich glaube, wir haben noch ein paar Motten, das Motten, das Mehrzahl. Ich glaube, wir haben noch ein paar Motten, die wir nicht gemacht haben. Da kriegen wir bestimmt noch Zirkus. Auf eine weitere gute Zeit. Prost. Es ist noch Sekt da, genau. Es sind auch noch Häppchen da. Und damit ihr ein bisschen Erinnerungen an dieses Jahr habt, haben wir ein paar Erinnerungsstücke. Wir haben ja schon die von MR-MCD-X, die Pins. Die habt ihr ja schon gehört. Wir haben einen Zitronenkuchen von Haki, die sich seit Jahren um das Catering in der Speakers-Lounge kümmert. Wenn ihr nicht wisst, was die Speakers-Lounge ist, das ist euer Problem. Das ist übrigens ganz einfach zu lösen. Ihr setzt euch ein halbes Jahr vorher hin und überlegt euch, was für eine Story ihr auf der nächsten MR-MCD erstellen wollt. Weil wenn ihr einen Vortrag machen wollt, dann fängt das meistens mit einer Story, die man erzählen will, an. Sei es, dass es irgendein Forschungsding ist, irgendein total cooles Tool, das man gefunden hat, irgendein Problem, was man sieht, irgendeine der anderen Sachen. Überlegt euch, habt ihr eine Story zu erzählen? Und dann reicht ihr das ein. Wenn ihr die Einreichung gut gemacht habt, dann lernt ihr die Speakers-Lounge kennen. Es lohnt sich, Mühe zu investieren. Und wenn ihr sie nicht kennt, macht das mal dringend. Wenn ihr die Speakers-Lounge kennt, ich kann euch die Kontoverbindung von Haki geben. Das ist gut, das ist auch meine. Also von daher, nicht ganz selbstlos, aber nein, ihr dürft euch gerne bedanken, weil auch dieses Jahr ist es wieder fantastisch. Vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank deswegen an die Vergangenen und an die zukünftigen Organisatoren und Helfer. weil bei vielen Leuten, ich habe jetzt ja mit vielen Leuten gesprochen, darüber wie das war, die MMCD irgendwann auf diesem langen Pfad mit zu organisieren, fängt die Geschichte nämlich irgendwann an. und dann war ich auf meiner ersten MMCD und irgendwie bin ich dann da reingerutscht. Ich glaube, ich spreche für alle, die jemals irgendwie sowas organisiert haben, wenn ich sage, dass wir, glaube ich, alle hoffen, dass noch viel mehr da reinrutschen. Wir freuen uns auf euch. Wir haben Zitronenkuchen, der hilft auch gegen Scoreboot. Ja, ganz wichtig, wenn man auf der See unterwegs ist. Und wir haben noch eine kleine Erinnerung an dieses Jahr. Ihr habt sie vielleicht schon mal ein-, zweimal gesehen. es gibt hier so wunderschöne... Genau die. Ich hoffe, es sind genug da. Das ist wieder dieser Fall, wo man bei einem chinesischen Versandhandel sagt, wie viele passen in ein Paket? Okay, schicken Sie bitte. So, wir kommen zu einem Ende. Säckenkuchen muss alle werden. Also, Prost. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass die MAM-CD für euch stattfinden. und ich freue mich, euch gerne öfter wiederzusehen. Und noch ein Hinweis. Um 23 Uhr tritt eine kleine Kapelle in der Lounge auf, die sehr eng mit der MAM-CD verbunden sind. Und wir freuen uns, dass sie auch dieses Jahr wieder da sind. Und vielen Dank da auch nochmal an... DJ ist schon wahrscheinlich unterwegs, diese zu organisieren. Vielen Dank auch an DJ, der seit Jahren sehr selbstlos hier eine großartige Lounge organisiert, die ihr euch dieses Jahr unbedingt geben solltet. Also, jetzt gleich Pornophonik! Applaus Vielen Dank.